Sommer der Liebe von Katie Ford. Es liest Carina Sandhaus. Schan ließ die Hake sinken und blickte über die Gartenmauer. Eine Frau lächelte sie an. Sie hielt eine Flasche Wein in der einen und ein Marmeladenglas voller Blumen in der anderen Hand. Hallo, erwiderte Schan. Ich hoffe, Sie halten mich jetzt nicht für entsetzlich neugierig, aber ich habe den Umzugswagen gestern in der Auffahrt gesehen und dachte, ich komme schnell mal vorbei und heiße sie im Dorf willkommen. Ich bin Fiona Metschem. Ich lebe in dem Haus da hinten. Sie deutete mit der Weinflasche vage über die Straße. Oh, sagte Schan. Möchten Sie reinkommen? Sie nahm an, dass ihre Besucherin das große Haus meinte. Ein wundervolles Gebäude, von dem ihre Mutter geschwärmt hatte, als sie hier gewesen war, um Schan beim Einzug zu helfen. Ich möchte Sie nicht von der Arbeit abhalten, aber ich könnte Ihnen dabei zusehen. Schan lachte und wischte sich die Hände an ihren Shorts ab. Es war ihr gelungen, alle Erdbeerpflanzen in die Erde zu setzen, die ihre Mutter ihr geschenkt hatte. Nein, nein, ich wollte sowieso gerade aufhören. Ich bin Schan Bishop. Hallo Schan. Fiona winkte ihr mit dem Marmeladenglas. Hier, nehmen Sie die. Sie reichte Schan die Flasche und die Blumen über die Mauer und ging dann zum Tor, durch das sie hereinkam. Sie haben einen Jungen. Wie schön. Ich liebe Jungs. Rory, der mit seinem kleinen Spaten in der Erde grub, die seine Mutter für ihn aufgelockert hatte, blickte auf und starrte Fiona unter seinem blonden Pony hervor an. Du arbeitest ja ganz schön schwer. Willst du da etwas pflanzen? Fiona Matcham sprach Rory an und holte aus der Tasche ihrer offenen Leinenjacke ein Glas Marmelade. Ja, erklärte Rory ernst. Wir möchten gern unser eigenes Gemüse anpflanzen, jetzt, da wir auf dem Land leben, sagte Schan. Rory, möchtest du jetzt Pause machen und etwas trinken oder weiterarbeiten, während ich Tee koche? Weiter arbeiten, während du Tee kochst, antwortete Rory, wandte ihnen wieder den Rücken zu und ignorierte sie beide. Schan wusste, dass ihr Sohn schüchtern war und vielleicht später zu ihnen stoßen würde. Wahrscheinlich, wenn ihm klar wurde, dass die Dose mit den Schokoladenplätzchen, die seine Großmutter dagelassen hatte, gleich auf dem Tisch stehen würde. Möchten Sie denn eine Tasse Tee? fragte Schan ihren Gast. Ja, Tee wäre schön, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Schan hatte bereits beschlossen, dass diese Frau, die ungefähr Mitte 50 sein musste, nicht zu den Menschen gehörte, die ein etwas chaotisches Haus kritisch beäugten. Die Blumen waren kunstvoll arrangiert und originell. Ein unkonventioneller Strauß, der zweifellos aus Fiona Metschems eigenem Garten stammte. Schan mochte Fiona jetzt schon. Sie führte ihre Besucherin ins Haus. Es wirkte dunkel nach dem hellen Juni-Sonnenschein draußen und roch feucht. Aber die Miete war wirklich erschwinglich. Es gab einen großen Garten und die Vermieterin, die in Frankreich lebte, war mit allen nötigen Renovierungen einverstanden, sofern sie nicht zu extravagant waren. Schan stellte die Blumen auf den Tisch und sofort wirkte alles hübscher. Entschuldigen Sie die Unordnung, sagte sie und hob eine halb ausgepackte Kiste mit Geschirr von einem Stuhl. Ich konnte bei diesem schönen Wetter einfach nicht im Haus bleiben. Setzen Sie sich doch und vielen Dank für die Blumen. Jetzt sieht es hier gleich irgendwie gemütlicher aus. Fiona stellte das Glas Marmelade mit einem Für-sie an die Seite, zog sich einen leeren Stuhl heran und setzte sich an den Tisch. Da der Sommer ja vielleicht nicht mehr schöner wird, wäre es auch wirklich schade, den Sonnenschein mit Auspacken zu verschwenden. Sie zögerte. Ich habe für die Blumen extra ein Glas mitgebracht, damit sie nicht nach einem Gefäß suchen müssen, in das sie sich stellen können. Nichts ist nerviger als Leute, die Blumen mitbringen, wenn sie zum Essen eingeladen sind und einen so von den Unterhaltungen mit den Gästen, dem Kochen und dem Getränkeanbieten abhalten, weil man erst eine Vase dafür suchen muss. Ich habe keinen Mann mehr, fügte sie hinzu. Deshalb muss ich mich um alles allein kümmern. Ich bin auch alleinerziehend. Ich kenne das. Es war nicht wirklich ein Test, doch Shan hatte in den mehr als viereinhalb Jahren seit Rory's Geburt gemerkt, dass die Leute, die bei dieser Eröffnung ein bisschen zurückzuckten, eher nicht ihre Freunde wurden. Das war ich auch. Der Vater meiner Söhne starb, als sie noch sehr jung waren. Das war schwer. Shan lächelte Fiona in dem dämmerigen Licht des kombinierten Flur-Esszimmers an. Sie hatte das Gefühl, bereits eine neue Freundin gefunden zu haben. Ich setze Wasser auf. Ich habe auch ein paar Plätzchen. Meine Mutter hat mir eine große Dose mitgebracht. Ich bin sofort zurück, erklärte Shan und verschwand in der Küche. Ich denke, Luella sollte die Wand rausreißen und dieses Zimmer in eine große Küche mit Essbereich verwandeln, rief Fiona. Warum schlagen Sie ihr das nicht vor? Meinen Sie Mrs. Halpers? Sie war sehr entgegenkommend und meinte, dass ich etwas verändern kann, solange ich es nicht übertreibe. Aber ich glaube, das Rausreißen einer tragenden Wand hält sie vielleicht für übertrieben, gab Shan zurück. Ihre Besucherin, die offenbar nicht gern herumsass und sich bedienen ließ, war zu ihr gestoßen. Jetzt sehen Sie sich doch nur an, wie feucht der Boden ist, rief Fiona. Das ist ja furchtbar, obwohl es vielleicht nur das Abflussrohr ist, das mal gereinigt werden muss. Soll ich vielleicht jemanden vorbeischicken, der sich die Sache mal ansieht? Wenn es nur das Abflussrohr ist, dann kann ich das vermutlich allein, sagte Shan. Wenn nicht, wäre ich froh, wenn Sie mir jemanden nennen könnten, der verlässlich ist. Shan war gern so unabhängig wie möglich, aber sie wusste, dass es Dinge gab, mit denen sie nicht fertig wurde. Seit dem Umzug wohnte ihr Dad nicht mehr um die Ecke, er konnte also solche Sachen nicht länger für sie erledigen. Oh, hallo Rory, sagte sie, als er im Türrahmen erschien. Könntest du die Plätzchen nehmen? Shan reichte ihrem Sohn die Dose. Warum bringst du sie nicht nach hinten in den Garten? Sie wandte sich an Fiona. Da stehen ein Tisch und Stühle. Ich brühe den Tee auf. Gute Idee. Rory und ich gehen schon mal und bereiten alles vor und unterhalten uns. Mein Name ist Fiona, sagte sie zu dem Jungen. Shan lächelte und hängte Teebeutel in die Becher. Richard würde sich freuen. Da er der Grund dafür war, dass Shan in gerade dieses Dorf gezogen war und er Rory und sie unter seine Fittiche genommen hatte, würde er froh sein, dass die Nachbarn sie hier freundlich aufnahmen. Fiona Matcham und Rory standen ganz hinten im Garten, als Shan die Teebecher hinaustrug. Shan setzte sich auf einen der Stühle, trank ihren Tee und beobachtete die beiden. Sie war erleichtert zu sehen, dass Rory seine Schüchternheit abgelegt hatte und Fiona gegenüber aufgeschlossen war. Shan hatte sich ein bisschen Sorgen gemacht, weil sie mit dem Kleinen aus der großen Stadt, die er kannte, aufs Land gezogen war. Obwohl es ein Dorf war, wie Richard betont hatte, und kein abgelegener Ort im Nirgendwo. Es gab hier eine Schule, einen Pub, eine Kirche und zwei Geschäfte. In einem von ihnen war auch die Poststelle untergebracht. Was ihn schon zu einer belebten Metropole macht, hatte Shans Vater trocken bemerkt. Im Gegensatz zu seiner Frau war er ziemlich erbost darüber, dass Shan mit seinem einzigen Enkelkind weggezogen war. Obwohl beide Eltern ihre Gründe für den Umzug akzeptierten. Es gibt Tee, rief Shan nun, und Plätzchen. Rory drehte sich um und rannte über das, was eines Tages ein Rasen sein würde. Wenn wir so lange bleiben können, dachte Shan sehnsüchtig und unsere Vermieterin nichts dagegen hat.